Wenn man sich mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs auseinandersetzt, dann ist dies nicht nur reine Ereignisgeschichte, also welche Schlachten geschlagen worden sind, welche Opferzahlen, wie man vorgegangen ist und dergleichen, sondern man sollte sich auch mal anschauen, wie zum Beispiel dieser Erste Weltkrieg rezipiert wird. Denn die Geschichtswissenschaften stürzen sich zunächst gerne auf die Ereignisgeschichte und später dann aber auch auf andere Aspekte. Und eine Sache, die ich jetzt noch für Italien im Ersten Weltkrieg machen möchte, ist mal eine musikalische Rezeption aufzuzeigen. Also wie wurde der Erste Weltkrieg musikalisch rezipiert? Und das möchte ich an einem ganz bestimmten Lied machen, nämlich La Legenda del Piave. Denn dieses Lied hat noch eine besondere Bedeutung bis hin zur Gegenwart, aber zunächst einmal zu diesem Lied selbst. Es wurde komponiert von Giovanni Hermete Gaeta, beziehungsweise er hat sich ein Synonym zugelegt, E.A. Mario, und hat unter diesem Namen dieses Lied publiziert. Das Lied ist erst nach dem Krieg, also am Ende des Krieges besser gesagt, entstanden, denn es spielt auf eben die Ereignisse an, die 1915 bis 1918 geschehen sind. Und wie wichtig Piave für die Italiener überhaupt ist, das zeigt auch dieses Bild eines zerstörten Hauses, in dem man hier lesen kann, Also entweder der Piave oder alle werden abgemurkst, wenn man das mal so etwas salopp übersetzen mag. Das war auch das Status Quo 1917, nach der 12. Nisonzo-Schlacht. Entweder man hält jetzt am Piave die Front oder man hat den Krieg verloren. Also der Piave spielt deswegen in mehrerlei Hinsicht eine zentrale Rolle. Er war nicht nur die Front, er war quasi kriegsentscheidend. Und die Bedeutung dieses Liedes für die Gegenwart liegt an der Lega Nord. Da wollen wir jetzt nochmal ganz kurz einen Exkurs geben. Italien selbst, gerade auch durch das Gefälle Nord-Süd, führt dazu, dass es sezessionistische Tendenzen gibt. Man kennt das ja von Schottland, man kennt das auch von Katalonien. In Norditalien ist das ähnlich. Es gibt eine Partei, die Lega Nord, die lange Zeit von dem Herrn hier unten rechts geführt worden ist, von Umberto Bossi, der auch heute noch Abgeordneter ist in Italien. Und diese wollen ein eigenständiges Staatsgebiet haben, hier im Norden, das sie Padanier nennen. Also Padanien, benannt nach dem Po. Und 2008 hat Umberto Bossi gefordert, dass man eben La Legenda del Piave zur Nationalhymne Italiens machen sollte. Also hier hat man den Konnex zur Gegenwart. Aber tatsächlich hatte La Legenda del Piave auch eine große zeitgenössische Rezeption gefunden und war auch ein sehr beliebtes Lied geworden. Und, das darf man nicht vergessen, nachdem 1945 Italien vom Königreich zur Republik geworden ist, hatte man auch unter anderem La Legenda del Piave als mögliche Nationalhymne im Rennen gehabt und hat dann gegen die uns bekannte italienische Hymne aber dann den kürzeren gezogen. Aber man sieht, dieses Lied, das hat nicht nur 1918 eine Bedeutung erfahren, sondern auch noch 100 Jahre später ist es kein unbedeutendes Lied. Und wir wollen uns das mal kurz ansehen. Die Übersetzung stammt von mir selbst und ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas freier, aber doch hoffentlich sinntreffend genug. Es gibt vier Strophen in diesem Lied und in jeder Strophe wird auf ein bestimmtes Ereignis Bezug genommen. Hier in der ersten Strophe geht es erstmal nur um den Kriegseintritt, 1915. Also der Piave, der sich im Grunde freut, dass jetzt die Soldaten endlich in Richtung Front gehen, um sich dem Feind zu stellen. Und das ist erstaunlich, auffällig in diesem Lied, dass nicht von Nemico, der Feind, die Rede ist, sondern immer von Los Traniero, der Fremde, der Ausländer, der da eigentlich gar nicht hierhin gehört. Von dem ist die Rede. Und hier 1915 ist noch so eine gewisse Euphorie zu erkennen. Es ist vom Jubel der Wellen die Rede. Il Tripodiar dell'Onde. Dann allerdings wird hier in weiser Vorausschau auf Caporetto verwiesen. Auf die 12. Isonzo-Schlacht, die ja so eine große Schmach für die Italiener war. Und es ist tatsächlich auch von Schmach die Rede. Lonta consumata a Caporetto. Also die Schmach, die man erfahren hat in Caporetto, in Cafreit. Und ja, es wird in sehr düsteren Zügen dargestellt, dass dies einfach das Schlimmste ist, was passieren konnte. Es ist die düstere Nacht. Es ist ein dunkles Ereignis. Und es ist ein schwarzer Herbst. Und das drückt natürlich auf die Stimmung in dem Moment. Aber, und jetzt, wenn man dann in die dritte Strophe mal reinschaut, ist halt jetzt tatsächlich vom Nemico die Rede, also vom Feind. Und der wird natürlich negativ skizziert. Denn sein Antrieb, überhaupt Krieg zu führen gegen Italien, ist sein Hochmut, seine Gier. Und er will eben sich sättigen an Landgewinn. Aber letztlich, und das ist dann das Ende dieses Liedes, das schafft natürlich der Feind nicht. Der Nemico, der muss zurück bis nach Triest und nach Trient. Und hier wird jetzt tatsächlich in der letzten Strophe mal nochmal richtig ausgeholt. Deutlicher als in den anderen Strophen. Es heißt dann, inmitten der Truppen wurde gesehen, dass Oberdan, Sauron und Batisti auferstehen. Ja, wer waren denn jetzt diese drei Personen? Giliamo Oberdan hat 1858 bis 1882 gelebt, stammt aus Triest, war Anhänger der Eredenta und wurde in Österreich-Ungarn zum Tode verurteilt. Sauron, Nazario Sauron, war in Capodistria geboren worden, also auch in einem Gebiet der Eredenta, war selbst Anhänger der Eredenta, kämpfte auf italienischer Seite gegen Österreich-Ungarn, wurde gefangen genommen und erlitt auch das Schicksal der Hinrichtung. Und Cesare Batisti stammt aus Trient, lebte von 1876 bis 1916 und wurde ebenfalls getötet, in diesem Fall erhängt. Und das sind also, der Bezug ist jetzt da, einmal, dass man da eben drei wichtige Gebiete der Eredenta benennt, Oberdan aus Triest, Batisti, Trient, Sauron, Istrien und eben hier darauf verweist, die wurden alle drei von diesem Straniero, von diesem Fremden aus Österreich, ermordet. Und deswegen heißt es dann auch später, dass am Ende die italienische Tüchtigkeit über den Galgen und die Waffen des Henkers gesiegt hat. Also die deutliche Kritik an den Österreichern. Ja, nur mal so viel. Das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs. Aber es gibt natürlich noch eine Vielzahl weiterer Lieder zum Ersten Weltkrieg. Das sind Teils Lieder, die schon 1915 entstehen, die dann von den Truppen gesungen werden. Zum Beispiel auch Fratelli d'Italia ist ein Truppenlied und es gibt dann eben so Lieder wie die La Legenda del Piave, die dann nach dem Krieg zurückschauen auf die Ereignisse und das Ganze glorifizieren und nochmal sagen, hier ging es um mehr als nur um irgendeinen Krieg. Es geht hier um Italien. Es geht darum, diesen alten Feind zurückzuschlagen. Wo wir beim alten Feind sind, der zurückgeschlagen werden sollte, vielleicht doch nochmal ein kleiner Verweis auf ein anderes Lied, nämlich La Canzone del Grappa, der Monte Grappa, der berühmte Berg, über den ja dann die Italiener auch eingefallen sind in der Schlacht von Vittorio Veneto und Monte Grappa. Nicht nur, du bist meine Heimat, der Monte Grappa war ja eben österreichisch. Aber hier zu sagen, das ist Patria, das gehört zu Italien und nicht zu Österreich. Und hier ist dann nicht nur wieder auch vom Stranjero die Rede, aber es heißt, deine Gipfel waren immer verboten durch den Fuß des verhassten Fremden. Also hier der gleiche Tenor, die österreich-ungarischen Truppen und auch Österreich-Ungarn als solcher illegitimerweise überhaupt dieses Gebiet hatten sie, also dieses Gebiet hatten sie auf illegitime Weise und endlich haben wir es befreit. Wir haben den Eindringling, wie es am Ende heißt, zerquetscht. Wir mussten ihn zerquetschen, aber wir haben ihn dann auch zerquetscht. Aber hier sieht man mal, wie dieser Erste Weltkrieg aufgenommen wird und rezipiert wird. Und das hat man nicht nur in Italien, das hat man im Deutschen Kaiserreich, genauso wie in Frankreich, England, überall hat man seine bestimmten Lieder, die diese Geschehnisse verarbeiten. Und man merkt dann doch deutlich dieser Nationalstolz, der jetzt nochmal hinzukommt. Und das ist das, was ich auch am Ende dieser Reihe zum Ersten Weltkrieg gesagt habe, zur Darstellung der Ereignisse. Es kommt ein immer stärkerer Nationalismus auf. Vor dem Krieg war der Nationalismus schon relativ gewaltig, wenn man mal bedenkt, was Italien alles erreichen wollte. Aber durch diesen Sieg sah man jetzt nicht nur den Risorgimento vollendet, man wollte jetzt endgültig zu einer weltbestimmenden Macht werden. Und solche Lieder führen dann eben dazu, dass der Nationalismus noch weiter geschürt wird. In dem Österreich-Ungang noch weiter als der Böse stilisiert wird, der sich hier illegalerweise überhaupt italienische Gebiete an den Nagel gerissen hatte, beziehungsweise vor dem Ersten Weltkrieg inne hatte. Und das führt natürlich alles immer mehr in einen gesteigerten Nationalgefühl, in einen Nationalismus. Ja, aber das sei jetzt mal dieser kleine Exkurs gewesen. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, wie es mit Italien nach 1918, 1919 weitergeht. Vor allen Dingen geht es ja jetzt auch langsam Richtung Faschismus. Und um zu verstehen, wie der in Italien so gewaltig und stark werden konnte, sollten wir zunächst einmal einen Blick auf Fiume werfen, aber dazu dann im nächsten Video mehr.